Ja. So Freunde, der Tanz beginnt. Wir schicken los, einmal auf den Feld hier. So, bitteschön, Leute, bei der Fahrstabendlösung Tickets vorne, links, unten und macht ein schönes Erlaubensfoto an den heutigen Abend rechts neben Infinity die Fotobox, unsere Neuheit in Erlangen hier. Reinsetzen, Fotos machen, so wie mir Foto mit ihm glücklich sein. Reinsetzen, Fotos machen, so wie mir Foto mit ihm glücklich sein. Reinsetzen, Fotos machen, so wie mir Foto mit ihm glücklich sein. So, wir sagen, neue Fahrgäste, bitteschön, ihr könnt die Zickes lösen, die Fahrscheine vorne, links, unten, seit eurer Reisung hinein, wir mitmachen, bitteschön, wir halten gleich wieder, wer will mit vor euch? Reinsetzen, Fotos! Das war's für heute. Ich sage Dankeschön. Auf der anderen Seite ist gleich der Ausgang. Alle neuen Fahrläste nehmen keine Sachen mit. Achten Hosentaschen leer, Kleingeld, Handy, Brille, Mütze, Schlüssel. Werden zum Geschoss, verletzen Menschen. Können Menschen erschlagen, Gegenstände zerstören. Nichts mit ihm. Ohne die Kisse, die Leute. Wenn was rauskommt, haftet ihr nichts mit ihm. Oben sind blaue Kisten, legt alles ab. So, wenn ihr dort eure Bücher nach oben freut, jetzt geht's raus. Vor ihr fahren erst loslegen, Abständen, Hosegegenstände ablegen. Und einsteigen, wir starten wieder.